Was geht Pisas? Willkommen zu meinen Neuigkeiten. Heute um 15 Uhr kap ist ein Fehrsammlung von Russland, Ukraine, Krischenland, Sepien, Marsetunien und Osmaninlanda wo die Osmane kommt. Wir haben Pesprohin ob wir Deutschland aufteilen werden. Ein Teil Russland aber Tars wird Tars größte sein ein Teil an Ukraine, ein Teil an Krischenland, ein Teil an Serbien, ein Teil an Marsetunien und ein Teil an den Osmanen. Die Abstimmung wird am Wochenende pekant gekippen. Jetzt zum Wetter. In Russland kippt es Tars peste Wetter die Welt. In Deutschland wird es Moakin 755, 83, 75, 22, 63, 88, 86, 52, 52, 73, 83, 82, 54, 62, 83, 73, Toren Toskumen und alle Nazis werden sterben. Russland hat Kiepland, Türkei mit Atompompe zu Pwerfen und dann machen wir Konstantinope wieder zu ein christlicher Staat und nicht mehr zu ein Seis-Islam-Staat. Das waren die Nachrichten für heute Pisas. Ich bin der Mazedonier und wenn ihr King E.O. nicht sofort abonniert, steck ich euch voll aufgedrehte Lautstärke auf euren Kopfhörern und eure Ohren werden dann explodieren. Habt ihr das verstanden?